Jo Leute, ich bin heute auf dem Kanal von Kevin hier am Start, denn ich möchte heute einfach mal Max als Brawl Stars Trainer pranken. Und ich würde sagen, dafür müssen wir uns jetzt erstmal kurz umbenennen, sonst merkt er natürlich direkt, dass wir das sind. Oh, ich muss erstmal noch Gems aufladen, lol. So Leute, die Gems sind jetzt am Start, das heißt wir benennen uns jetzt mal extra um. Und zwar benennen wir uns einfach mal, ja so, ich würde mal sagen so Pro Trainer. Das wirkt auf jeden Fall, glaube ich, realistisch. Ja, ja, das wirkt auf jeden Fall realistisch, Leute. Also Freunde, ich würde sagen, wir laden jetzt Max mal ein. Ich werde ihn dann in verschiedenen Disziplinen pranken, wie zum Beispiel 1 vs. 1, Minigames und so weiter. Und ja, auch Skin Contest, da habe ich übrigens was richtig krasses vorbereitet. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Okay, ich hoffe mal, er nimmt an. Hä? Wer ist das denn? Pro Trainer? So lädt er mich ein. An ihm, der hat fast 60.000 Pokale. Oh, und er hat angenommen. Perfekt, Alter. Ich würde sagen, Leute, wir schreiben jetzt ihm einfach mal in den Chat. So, hallo Max, ich bin dein Brawl Stars Trainer. 899 war nur ne Coach. Wieso ist der so krass? Alter, du hast voll viele Pokale. Wer bist du? Junge, ja, also Leute, ich bin ja auf meinem Haupt-Account, ne? 60.000 Pokale sind am Start, sehr geil. Hallo Max, ich bin dein Brawl Stars Trainer. Ähm, ja, ich trainiere Brawl Stars Profis. Der schreibt gerade was, was möchte der? Und will dich zu einem Profi machen. Okay, Leute. Kannst du mir helfen, Max Rang 35? Haha, Junge, er schreibt direkt, kannst du mir helfen, Max Rang 35? Äh, ich schreibe einfach mal, ja, ich kann dir helfen. Bist du Freund von Ira? Aber vorher musst du mit mir trainieren. Ich habe einige Disziplinen. Okay. Okay, er schreibt, okay, perfekt, Leute, richtig gut. Okay, ich würde sagen, wir machen als erstes Mal ein 1 gegen 1. Wir starten mit einem 1 versus 1. Ich lade dich ein. Wir starten mit einem 1 versus 1. Ich lade dich ein. Okay. So, und zwar nehmen wir dafür mal Shootings da und laden Max nochmal hier ein. Let's go. So, ich bin jetzt hier bei dem Pro Trainer eine Lobby drin. Okay, Leute, sehr gut. Da wir ja der Trainer sind, suchen wir uns auf jeden Fall aus, welcher Brawler gespielt wird. Okay. Äh, du musst Piper nehmen. Ich muss Piper nehmen. Das ist am skillreichsten. Aber ich mag Max am liebsten. Können wir Max? Wir nehmen auf jeden Fall schon mal Piper. Wir nehmen auch richtig den Schmetterling Piper. Wir wählen natürlich das Gadget aus, aber das verraten wir ihm nicht. Aber ich mag Max am liebsten. Ähm, nein. Heute trainiere ich dich. Max ist der Beste. Max ist ein Anfänger, Brawler. Schreib jetzt einfach mal, um ihn ein bisschen wütend zu machen, Leute. Max ist ein An... Max ist ein Anfänger, Brawler! Du bist ein Anfänger! Egal, ich besiege dich eh! Okay. Dann schauen wir mal, ob er auch Taten sprechen lässt hier heute. Let's go. So, der denkt hier... Der denkt hier, dass der der Coole ist. Der wird jetzt somit auseinandergenommen. Pro Trainer. Ja. Hier, ich bin der Pro Trainer. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich hier Max schlagen wird. Und zack. Schon mal der erste Kill auf jeden Fall. Ey! Was macht der denn? Ey! Ey! Der hat nur Glück gehabt, weil ich gerade wenig Leben hatte. Der, der, der schummelt doch. Hallo! Was soll das? Ey! Hallo! Der hat so eine komische Sache aktiviert, dass er viel schneller schießen kann als ich. Und zack. Oh! Oh, zack. Und da ist auf jeden Fall das Game geworden. Mann! Was soll das? Der hat geschummelt. Du hast gehackt. Der denkt jetzt auch, dass der der Coole ist. Okay, mal schauen, was er schreibt. Du hast gehackt. Haha! Ähm. Nein. Ich habe mit Skill gewonnen. Schreibe ich jetzt einfach mal. Der denkt auch, der ist der Coolste, oder? Wir kommen zur nächsten Übung. So, und jetzt will ich mal auf jeden Fall den Daryl Run aus, würde ich sagen. Dort muss er sich jetzt als nächstes beweisen. Ich schaffe den Parcours mit Daryl. Was ist das? Minigame? Ach so, Minigame. Ja, im Minigame bin ich Profi. Im Minigame bin ich der Besteste von den Besten. Okay, es geht los. Ich bin richtig gespannt, wie sich hier Max schlagen wird. Ich hoffe, er killt mich jetzt nicht, ne? Weil darum geht es ja nicht im Daryl Run. Und mal schauen. Wieso Pro Trainer? Der denkt auch, der ist der Coolste. Wisst ihr was? Ich töte den jetzt. Ich muss da hinterher. Let's go. Wir gehen schon mal voran hier. Wir sind ja auch hier der Trainer. Pro Trainer. Ja, ich bin... Ich habe den jetzt kaputt gemacht. Ja, habe ich gewonnen jetzt. Ey, er killt mich. Ey, irgendwie wusste ich das. So funktioniert das nicht, Max. Okay. Nein, falsch. Falsch, du musst ans Ziel zu den Kisten kommen. Guck, gewonnen. Nein, falsch. Was falsch? Du musst ans Ziel zu den Kisten kommen. Ach so, ja. Ja, der will one halt. Aber ich muss jetzt den Trainer einmal töten. Nochmal ohne killen. Ja, okay. Okay, er drückt bereit. Max rastet also schon so ein bisschen aus. Das ist perfekt. Also, unser Plan geht schon mal auf, Freunde. Richtig gut. Warte, da lang. Ich habe das schon gesehen im Livestream. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Grün? Und jetzt muss Max sich entscheiden, welchen Teleporter er nimmt. Er nimmt den Grünen. Okay, wir gehen auch in den Grünen. Ja! Ich bin viel besser als der. Der ist der Schlechteste. Okay, er ist den falschen Weg gegangen. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, ne? Das sollte man natürlich nicht machen. Der ist der Schlechteste. Ja. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Grün? Hä, hier war ich schon! Was soll das? Hier war ich schon! Pro Trainer! Man muss hier lang. Sag das doch! Wir haben noch auf jeden Fall eine Chance, ans Ziel zu kommen. Es ist noch möglich. So, einmal hier. Komplett entlang. Okay, ich glaube, Max rastet gerade richtig aus. Nein. Ach so ein... Wisst ihr, der ist so... Der ist so... Der ist so ein Blödmann. Der ist wie mein Mathelehrer, ja? Der wäre wie wenn mein Mathelehrer Bolsch das spielt. Pro Trainer. Ah, okay. Max hat auch dieses Stage geschafft. Das ist heftig. Oh, okay. Er hat mich hier auf jeden Fall zurückgewustet. Ha, ha! Pro Trainer! Das geht gar nicht! Das... Man kann das gar nicht gewinnen. Und jetzt geht es auf jeden Fall darum, wer schafft dieses... Der hat mich schon wieder gekillt. Das war so klar. Also, nein. So funktioniert das auf jeden Fall nicht. Das war kacke. Du verstehst es nicht. Du verstehst das nicht. Egal, wir machen jetzt auf jeden Fall die nächste Übung. Blinde Piper. Man kann das nicht gewinnen. Nächste Übung. Nächste Übung. Du bist Tick und ich Piper. Ah, diese eine. Mit Busch. Kenne ich. Da bin ich gut drin. Man muss sich in Busch verstecken. Und dann gewinnen. Ich frage gleich pro Trainer, wenn ich gewinne, ob ich 500.000 Euro kriege. Oder 10.000 Gems. Weil wenn der hier schon so mir Aufgaben gibt, dann... Ähm... Dann, dann... Ja, dann muss... Dann muss ich auch da was für bekommen. Wisst ihr? Okay. Blinde Piper kennt Max also. Sehr gut. Ich lasse Max ein paar Sekunden Zeit, um sich zu verstecken. Aber Leute, ich bin ja der Fake-Broadsters-Trainer. Und ich werde... Sobald sich Max versteckt hat, werde ich auf jeden Fall einen kleinen Cheat verwenden. Und zwar... Habe ich das abgeklärt, dass ich sehe, wo Max steht. Mit einem kleinen Cheat von Clash Games, sozusagen. Der schießt ja gar nicht. Mann, ist der doof. Pro Trainer. Du bist der schlechteste Trainer, den ich jemals hatte. Ha, ha. Schleicht. Ey! Zack! Junge. Der hatte so... Der Busch-Gucker hatte der an. Was soll das? Schle... Schlecht. Wenn ich nächste Übung gewinne, 10.000 Juwelen. Okay? Das üben wir noch, schreibe ich mal. Das üben wir noch. Wenn ich nächste Übung gewinne, 10.000 Juwelen. Okay? Wir schreiben einfach mal, okay. Ja. 10.000. Was machen wir jetzt? Bitte irgendwas Cooles. Wir spielen jetzt Solo gegeneinander. Solo-Showdown! Ach so. Welchen Baller? Ah nein. Max nehmen wir. Ja. Nimm egal welchen Brawler. Okay, also er darf sich den Brawler auswählen. Und wir schauen jetzt auch mal, welchen Brawler wir am besten nehmen. Ich würde sagen, Leute, wir nehmen mal den neuen Brawler Maisie sogar. Ja, ich nehme einfach Max. Und dann gewinne ich gegen den. Ja, eh. Und ganz einfach. Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Er hat natürlich Max genommen. Ist klar. Aber mal schauen, wie er auf jeden Fall auf mich reagiert hier mit Maisie. Würde ich jetzt mal sagen. Ich habe gerade gar nicht gesehen, welchen Brawler der genommen hat. Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach in die Mitte rein. Weil mit Max muss man immer die Mitte nehmen. Okay, okay, okay. Ey, Leute, ihr müsst auch mal darauf abwarten, was ich im Skin-Contest machen werde, um ihn dann richtig zu pranken. Das wird richtig heftig. So, da. Kaput. Kaput. Ey. Ey. Mann. Der Piper hat geschummelt. Okay, erst Platz vier. Wir sind Platz zwei. Unfair. Piper hatte gehackt. Max ist schlecht in Solo. Deine Oma ist schlecht. Nein, die ist ein Bot. Ja, deine Oma ist ein Bot. Es ist total doof. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt die finale Runde. Wenn du die finale Übung gewinnst, bei der Oma ist ein Bot, bekommst du 10.000 Juwelen. Okay, mal schauen, ob er darauf eingehen wird. Okay, ich gewinne. Und das wird, wie gesagt, der Skin-Contest sein, wo ich ihn richtig hops nehmen werde. Leute, ich glaube, dafür werde ich sogar in den Call mit ihm gehen. Lass uns in den Call dafür. Lass uns in den Call dafür. Okay. Hallo, Protrena, bist du da? Hallo, Max. Lass uns auf jeden Fall jetzt einen Skin-Contest machen. Skin-Contest. Mit Max mache ich, ja? Ja, du darfst dir egal welchen Brawler und egal welchen Skin auswählen. Okay. Okay, ich werde dich einladen. Ja, okay. So, jetzt geht's los. Ich gewinne eh gegen dich. Ich habe viel besseren Skin. Also, hör mal jetzt, Max. Ich habe um einiges bessere Skins auf diesem Account. Du musst einmal treffen uns da in der Mitte. Ja. Ja, ich bin schon da. Also, wie du siehst, habe ich hier den Haifisch-Tank. Was ist das für ein Baller, der ist von den nächsten Updates? Ja, nee, das ist von dem aktuellen Update. Und schau mal, ich habe hier auch den Weltmeister-Pinster. Ich habe hier die WM gewonnen. Den kann man gar nicht haben, den Baller. Wer bist du? Warum hast du den im Baller? Also, das ist gar kein Problem. Als Profitrainer hat man auch den Haifisch-Hank. Du bist von Supercell einer. So ein Hacker-Trainer, der mich verarschen lässt. Nein, also, das stimmt auf jeden Fall nicht, Max. Profitrainer, wer bist du? Ja, geh einfach mal kurz lobby und ich zeige dir deine Bildschirmübertragung. Ja, okay. So, also, Max, wie du siehst, ja, das ist hier mein Account. Lukas, wie sollst du mich verhäppeln? Du bist der Doofste, Mann. Du bist der Doofste. Hey, jetzt habe ich hier gar keinen Bock mehr. Mann. Hey, Leute, lasst ein Like, das war zu lustig, Mann.